Ja, ich kann Pommes. Alles was ihr dazu braucht ist so ein paar Kartoffeln, was zum Schälen und später braucht ihr noch einen Gefrierbeutel oder sowas. Damit geht es am einfachsten. Ich weiß, das ist wahnsinnig unökologisch, aber naja, manchmal muss man sich halt auch ein bisschen Luxus gönnen. Ganz simpel ist das insofern, man schält. Ist gut, gell? So mit Schälen geht das meistens besser. Ich meine, wenn die in den Backofen kommen, dann kann man die Schale auch durchaus vorher ordentlich waschen und dann mitbacken. Das tut jetzt nicht weh. In der Zwischenzeit, während ihr so schält, könntet ihr eigentlich schon mal den Backofen vorheizen. Am besten gleich mit Blech drin. Ich mache das meistens so auf um die 200 bis 220 Grad. Ober- und Unterhitze. Ich habe nämlich nichts anderes als Ober- und Unterhitze. Und dann müsst ihr die Pommes einfach nur, die Kartoffel, Entschuldigung, einfach nur noch auf die Dicke schneiden, die ihr haben wollt. Mir fällt gerade auf, das habe ich schon mal in einem anderen Video am Ende. Ich glaube bei Fantasy Live Koch, da habe ich am Ende nochmal gemacht, wie man Pommes macht. Mittlerweile habe ich das für mich noch so ein bisschen verfeinert und bin ein bisschen klüger geworden. So, ich mag sie gern dünn, aber das ist die Schmackssache. Und diese kleinen Spalten, Schnitzel, Bommes, Bommes quasi, könnt ihr dann eigentlich schon mal gleich hier rein tun. Und was gab es noch Wichtiges zu sagen? Irgendwas relativ Wichtiges wollte ich euch noch dazu verzählen. Backofen vorheizen auf 200 bis 220 Grad. Was war noch? Mensch, meine Güte. Irgendwas Wichtiges habe ich noch vergessen. Achso, ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier für Kartoffeln gekauft habe. Aber ich habe mal irgendwann gehört, man soll am besten Festkochende nehmen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Die werden hinterher innen drin sowieso weich genug. Außen drum knusprig zu kriegen, wird schwer bei dem, wie ich sie mache. Liegt daran, weil ich halt im Backofen und mit nicht viel Fett, ich habe es noch nicht so richtig hingekriegt, sie ordentlich knusprig zu kriegen. Aber schmecken sie mir trotzdem. Hat dann mehr so ein bisschen was wie etwas außen härterer Kartoffelbrei oder so. Nein, nicht wirklich. Warum ich die Kartoffel da jetzt nicht gleich schäle, ist, ich habe mich ja irgendwann mal beschenken lassen. Danke dafür übrigens nochmal. Es war ein sehr gutes Geschenk. Nebst einer Nudelmaschine, die ich noch nicht habe, die ich mir auch irgendwann noch schenken werde, habe ich nämlich irgendwann mal so einen Spaltenschneider hier gekriegt. Keine Ahnung, wie das Ding wirklich heißt, ob das wirklich ein Spaltenschneider heißt. Er macht halt Schnipsel. In verschiedenen Größen gibt es da mitgelieferte Einsätze. Ich habe so die mittlere Größe genommen. Und da kann man das dann gleich simpel und einfach durchhauen. Aber ihr habt ja gerade gesehen, mit dem Messer dauert es auch nicht wirklich lange. Was ihr dann ansonsten noch braucht, wenn ihr sie nach meiner Art machen wollt, ist Curry. Und zwar nicht unbedingt wenig. So ein dicker Teelöffel würde ich sagen. Ja, diese Kartoffel hier ist aber ein bisschen weit rein, ein bisschen komisch. Außerdem Paprikapulver. Ob jetzt scharf oder mild, ist mir relativ bumpe. Und Salz. Hinterher zum Nachsalzen sowieso. Aber wenn ihr das vorher rein macht, beziehungsweise vor dem Backen schon, das entzieht dem ganzen Konstrukt in sich eigentlich schon mal so ein bisschen Feuchtigkeit. Scheiden sich die Geister, ob das jetzt nur wirklich gut ist oder nicht. Ich habe für mich herausgefunden, sie werden dann knuspriger. Also ein bisschen. So ein bisschen nach außen. Wenn man das richtig macht, und vorher die Arbeitsplatte sauber macht, sodass sie nicht grübelig ist, dann kann man das Teil hier einfach mit einem Sorgknopf am Tisch gut festmachen. Dann stölfe ich das einfach da vorne drüber, weil ich faul bin. Und dann ist die Kartoffel zu groß. Gut, die muss ich... Die ist zu lange zu groß. Aber dann geht es eigentlich einfach... Schwupps! Schon ist sie weg. Und... Schwupps! Das ist Bibi-Eierleicht. Und jetzt muss ich mir hier noch kurz was überlegen. Die ist echt zu lang. Das ist schade. So, machen wir einmal so. Und einmal... Oh! Und zu breit ist er auch noch. Verdammt! Ja, es ist noch nicht ganz perfekt. Aber fertig bin ich trotzdem schon mit dem Schneiden. So ein Brötter Doppel. Dann würzen. Nach Gefühl. Oder so. Oder, ich würde mal sagen, mal so einen dicken Teelöffel Paprikapulver. Und dazu nochmal einen... nicht ganz so dicken, aber doch trotzdem ordentlichen Schuss Curry. Schauen wir mal. Dann noch ein wenig Salz. Und dann so zwei bis drei Esslöffel. Wie heißt das Zeug? Öl. Jo, das war es eigentlich schon. Eins, zwei, fünf. Oh, der letzte war auch so viel. Die werden jetzt wieder natürlich, wo ich es zeigen möchte, nicht so gut wie die letzten Male. Warum das Ganze jetzt hier in eine Beutel, das macht das Würzen so einfach. Danke an die Wunder, dass du mir das irgendwann mal gezeigt hast. Und dann hat man nämlich dann... Das ist zu laut wahrscheinlich. Und damit hat man dann nämlich irgendwann eine halbwegs homogene Durchwürzung irgendwie. Jetzt ist das Größte schon getan. Ich würde jetzt einfach sagen, wenn das Blech... Versteht ihr mich? Wenn das Blech und der Backofen vorgeheizt sind, dann einfach das Backpapier drauf. Die Form ist da draufhauen. Das wurzelt dann schon schön, weil das Blech ja schon heiß ist. Achso, Backpapier drunter habe ich das erwähnt. Und es ist nicht verkehrt, wenn du die zwischendurch so alle 10 bis 15 Minuten dann nochmal ganz kurz wendest. Aber dann ist es nicht zu lang, damit der Ofen nicht zu kalt wird zwischendurch. Und dann macht es nach Gefühl, würde ich sagen. 200 bis 220 Grad sollten die so in etwa 35 bis 45 Minuten fertig sein. Ist natürlich relativ lang, ist aber schnell gemacht, wie ihr seht. Das Video ist jetzt, lasst mich schielen, sieben Minuten lang. Und die schmecken. Sind nicht die gleichen Pommes wie von Meckes, aber sie schmecken. Das fertige Konstruktprodukt, wollte ich sagen, seht ihr da noch in Kürze. Ich warte jetzt auf, dass der Ofen fertig ist und dann kommt noch mal ein Schlemmerfisch dazu. Und dann, den müsste ich auch mal selbst probieren. Später, nicht jetzt. Bis später. Sieht anders aus, als ich erwartet habe, aber es wird mir definitiv doch schmecken. Probiert es einfach mal aus, es ist gar nicht so schwierig. Ich habe mich geirrt.